Im Februar hat es in der Schweiz den ersten Corona-Fall gegeben. Tessin war das im Kanton Tessin. Ab dann haben sich immer mehr Leute mit dem Virus angesteckt. Am Anfang konnte man die Covid-19-Fälle noch zurückverfolgen, später nicht mehr. Jetzt, wo die Fallzahlen gesunken sind, kann man das wieder machen. Darum ist Contact Tracing wieder ein Thema. Aber wie funktioniert denn das und bleibt man dabei anonym? Darüber reden wir diesen Mittag. Die Frage stellt die Liva Schmid aus der Radio-FHR-Redaktion. Heute tauchen wir in das Thema Contact Tracing. Es ist ein grosses Thema. Ich habe heute zwei Personen bei mir im Studio, die bei dieser Geschichte leicht ins Dunkel bringen können. Zum einen begrüße ich Matthias Wellig. Er ist der Geschäftsführer des Zürcher Software-Unternehmen Ubik. Der Kopf hat eine neue Corona-App. Zum anderen begrüße ich Sophia Rovelli. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Rechtsfakultät Fribourg und Expertin auf dem Gebiet Datenschutz. Der Bundesrat hat gestern bekannt gegeben, dass es ab dem 6. Juni weitere Lockerungen gibt. Campingplätze, Theater, Kinos, Discos, die dann wieder auf. Oder auch Ferienlagen können durchgeführt werden. Das Contact Tracing wird da also immer wichtiger, weil bei solchen Veranstaltungen wird es nicht möglich gesehen, um den Abstand, den der Bundesrat will, einzuhalten. Herr Wellig, Sie sind quasi Spezialist in der Tracing-Geschichte. Sie haben nämlich das Covid-App mitentwickelt. Wie sollen Sie überhaupt dazu kommen, um so eine App zu entwickeln? Vielleicht zuerst noch mal ganz kurz, um klarzustellen, was genau mit Contact Tracing gemeint ist. Es gibt ja verschiedene Geschichten. Das eine ist ja die Contact Tracing, was um Nachverfolgung geht, was die Behörden machen. Manuell, also das, was man ganz am Anfang von der Krise gemacht hat und jetzt wieder eingeführt hat. Und ich auf der Seite einer App, ich nehme einen anderen Teil Proximity Tracing, was ja das Ganze ergänzt dazu. Genau, Sie haben gesagt, Sie haben ja da mitentwickelt. Wie gesagt, wie kommen Sie dazu, um so eine App zu entwickeln? Haben Sie da einen Auftrag bekommen oder haben Sie selber die Idee gehabt? Wenn ich angefangen habe, hat eigentlich alles in der letzten Märzwoche, wo wir uns innerhalb von unserem Unternehmen überlegt haben, ja, was könnten wir machen im Zusammenhang mit der Krise? Es ist ja zum ersten Mal ein bisschen aufgekommen, die ganzen Geschichten in Asien, wo Sie mithilfe von Smartphone-Apps haben probiert, die Krise in den Griff zu bekommen. Und die Apps sind da aber sehr stark invasiv gewesen, was Datenschutz anbelangt. Invasiv, Entschuldigung, darf ich fragen. Was soll invasiv heißen? Also da hat es zum Beispiel aus China ein Beispiel gegeben, wo man eine App hatte, wo im Prinzip einem durchgewechselt die Position ermittelt und wo nachher quasi algorithmisch, also wird man angezeigt, ob man quasi in so ein Ampelsysteme hat, rot, grü, gelb, quasi wo man gesehen hat, wie gefährlich ist man jetzt quasi und das ist dann auch gebraucht worden für irgendwelche Zutritte und so weiter. Also quasi gewisse Leute haben gar nicht, weil wir reisen mehr, weil wir rot waren, die Grünen schon. Und das ist eigentlich etwas, was sich in den deutschen Kulturkreisen sehr stark jetzt nicht unbedingt umringt, also es stossen auf Ablehnung, oder? Und wir haben dann quasi eigentlich basierend auf dem gedacht, hey, es müsste doch eine Möglichkeit geben, so doch euch etwas können dazu beizutragen, was aber eben nicht meine Daten bräuchte, sondern etwas, was man auch anonym machen kann. Und das ist dem Grunde auch das, und es hat auch noch verschiedene Studien oder quasi auch Erkenntnisse noch gegeben, was über das Virus selber und quasi gesagt hat, dass man schon bevor, dass man überhaupt Symptome hat, ansteckend ist. Und das hat uns direkt dazu gebracht, quasi an dem zu überlegen, wie es geht. Und dann haben wir quasi in dem Rahmen eines Hackathons in einem Wochenende eine erste Alpha-Version gemacht von dieser App, wo wir im Prinzip gezeigt haben, dass es eben technisch möglich ist, eine App zu machen, wo ich quasi meine Kontakte, also die Kontakte, die ich habe mit Leuten, zu tracken, aber ohne, dass man dadurch eine Privatsphäre ausgibt, also dass man im Prinzip anonym bleibt. Wenn ich jetzt die App runterlade, wie funktioniert die? Also was muss ich da machen? Genau, ich lade die zuerst einmal an, im Bre, und dann wird man durch die App durchgeführt. Und sobald ich die installiert und ingerichtet habe, ist das im Prinzip permanent ein Signal ausschickt, also ein Bluetooth-Signal. Das ist im Prinzip nichts Spezielles, das passiert auch jetzt schon mit vielen Bluetooth-Geräten. Also wenn man zum Beispiel meine Kopfhörer an koppeln will, oder so, dann erscheinen die ja da bei Bluetooth drin, im Prinzip ist das genau das Gleiche. Also da hat man ein Advertisement. Und im Prinzip hat die App, sobald ich die installiert und nicht gerichtet habe, im Prinzip immer so ein Advertisement ausschickt. Und das ist im Prinzip, Bluetooth hat halt eine Reichweite von einem Meterbereich, oder schickt das uns. Und die Leute, die dann quasi bei mir in der Nähe sind, die eben auch die App haben, kennen im Prinzip das Signal am Fahrrad. Und so wird im Prinzip jetzt lokal, bei jedem Gerät, im Prinzip ein Logbuch abgelegt, von welchem Kontakt habe ich wann gehabt. Auf was muss man sich da gefasst machen? Also sagen wir zum Beispiel eine Person, die jetzt an einer Kasse arbeitet, zum Beispiel in einem Laden, und hat die App eingeschaltet. Und es laufen konstant Leute vorbei, die auch die App eingeschaltet haben. Nach welchem Zeitrahmen kann man damit rechnen, dass man dann, wie soll ich sagen, dass man da das Signal bekommt, Achtung, da hat jemand die Covid-19 gehabt. Also vielleicht noch ganz kurz noch zu erwähnen vorher, das ist noch ganz wichtig zu sagen, in dem Logbuch alle die Kontaktdaten, die ich abspeichere, die sind alle anonym. Also da sind zufällig generierte Daten. Also ich weiss nicht, wer das ich wann gesehen habe. Und jetzt aber vielleicht zum, so eine Frage von einer Kassengeschichte, wo man hinter einer Plexiglasscheibe ist. Das ist natürlich so, technisch können wir nicht erkennen, ob ich quasi hinter einer Plexiglasscheibe bin, ob ich schutzgesagt, dass man eine Schutzausrüstung anhaben kann. Und in solchen Fällen raten wir einfach quasi während der Situation, also die App kann man jederzeit quasi ab und anstellen, also ohne dass man es jetzt installieren müsste, dass man die in diesem Moment abstellt. Vielleicht auch etwas Wichtiges, wenn man so die Fallzahlen momentan anschaut, sogar nur wenn man jetzt an einer Kasse die App angestellt hat, muss man nicht davon ausgehen, dass man dann bombardiert wird mit Meldungen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass sich momentan jemandem über den Weg zu laufen, der effektiv positiv ist, ist nicht so gross. Das App haben Sie innerhalb von anderthalb Monaten entwickelt. Jetzt hat es auch kritische Stimmen gegeben, die haben gesagt, das ist zu wenig lang gegangen und andere sagen, es ist zu schnell gegangen. Können Sie beide Seiten ein bisschen nachvollziehen? Ja, ich meine, es ist natürlich immer schwierig, weil dann, wenn wir angefangen haben, also Ende März, April, ist es natürlich ein extrem, ich meine, Sie wären im Lockdown gewesen, oder total in einer Krise drin, und da ist natürlich klar gewesen, wenn man in dem Moment, die hätte ich einen fix fertig haben im Store, dann hätte man dann natürlich schon ganz klar einen grossen Nutzen gehabt, oder das wäre natürlich einfach schon effektiv zu früh gewesen, oder und jetzt auf der anderen Seite ist es so, dass wir jetzt eigentlich in dem Sinne gar nicht so einen schlechten Dings drin sind, weil ich meine, jetzt hätten wir Lockerungen machen, jetzt wären wir in einer Situation drin, in der wir wieder mehr machen können. Ich meine, klar, die Geschichte wird noch lange nicht vorbei sein, oder? Und ich denke, die App könnte jetzt eigentlich zu einem recht guten Zeitpunkt bereit sein, was dann wieder, also jetzt quasi jetzt als ergänzend zu der Massnahme, die man jetzt hat. Wie kompatibel ist die App mit Leuten, die, ich sage jetzt, alle Leute bedienen könnten, die jung sind, die alt sind, Leute, die vielleicht auch Handicap haben, ist diese App zugänglich für alle Leute? Ja, das ist ganz, ganz wichtig, weil es ist insofern eine spezielle App, weil die muss wirklich für alle Leute funktionieren, weil wir eine möglichst grosse Verbreitung haben wollen, und wir können nicht irgendwelche Kompromisse machen und sagen, ja, okay, dann bräuchten Sie halt eine andere App, oder? Das heisst, und aus dem Grund sind wir ganz, ganz fest bedacht, dass wir alle mit einbeziehen. Für das haben wir ja jetzt schon Tests gemacht, weil Blinde die App testen, um zu schauen, ob das wirklich funktioniert. Wir werden auch noch Tests machen mit älteren Leuten, und das heisst, das ist eigentlich ganz, ganz eine wichtige Eigenschaft, wo die App selten dir fehlen. Frau Rovelli, jetzt, wo wir über die Swiss-Covid-App sprechen, da kommen natürlich auch Fragen auf zum Datenschutz. Also, wenn man die App herunterladet, dann geht man grundsätzlich davon aus, dass die Daten gespeichert werden. Ist es effektiv so? Also, wie vorher betont worden ist, sind ja die Daten zentral auf dem Handy gespeichert und auch anonymisiert. Es ist eben gerade nicht so, wie man vielleicht von anderen Ländern kennt, dass da irgendwelche Standortdaten oder so erfasst werden und zentral dann Bewegungsbilder oder so könnten gemacht werden, sondern es ist wirklich weitgehend eine anonymisierte App. Ähm, genau, ja. Es ist eine anonymisierte App. Wie ist denn das? Müsste ich denn nicht da noch ein kleines Druck lesen oder irgendwo auf einen Link drücken in der App, wo nachher die Richtlinien des BAG drauf sind? Oder was dann eben mit diesen Daten passiert? Weil ich habe als Nutzerin zum Beispiel das Gefühl, überall schwierige Daten rum und die bleiben dann aber auch dort. Was ist denn das Gefühl, dass es ja eine freiwillige Sache ist? Das heisst, man kann selber entscheiden, ob man das App herunterladen will oder nicht. Und dann kann man sich natürlich auch informieren und die Datenschutzerklärung im App-Deco nachlesen. Das ist ja dann auch, ich habe es jetzt selber noch nicht abgeladen, aber man kann ja dort eben auf den Link draufklicken. Und auch sonst tut ja das BAG eine sehr gute und umfangreiche Frage- und Antwortböge zur Verfügung stellen, wo man sich auch noch näher damit befassen kann. und das auch nochmal nachlesen kann, wenn man da ein bisschen ein unsicheres Gefühl hat, also dass man sich damit wirklich auseinandersetzen kann. Jetzt ist ja so, dass auch das Parlament eine gesetzliche Grundlage dafür schaffen will. Das ist auch ein Entwurf, ich habe es schon vorgesehen. Und dort ist auch ganz klar betont, dass es eine Zweckbindung von diesem App gibt, dass das halt wirklich nur für die Corona-Epidemie eingesetzt wird. Es ist zeitlich auch beschränkt, es ist umfangmässig beschränkt. Also Daten werden ja auch nach drei Wochen wieder gelöscht. Aber es sind ja alles eben anonymisierte, es sind ja keine Personendaten an sich. Das ist, ja. Sie haben gesagt, die App ist beschränkt. Herr Wellig, wie lange wird die App da sein für uns? Also die wird so lange da sein, wie wir Fälle haben. Und wo wir mit der App keine Fälle verhindern können. Das heißt, bis es vielleicht auch mal irgendwo eine Impfung gibt. Ja, also das ist natürlich nicht mein Fachgebiet. Und ich glaube, wenn der, der, der diesen Zeitpunkt wisst, der, ja, also ich meine, das wird sobald wir eine Impfung haben, wie wir quasi in unserer Krise auch wirklich nachhaltig durch sind. Und dass man einfach mit der App keine Ansteckungen mehr kann tracken. So eine App, die braucht natürlich auch Leute, kompetente Leute. Wie viele Personen haben Sie an dieser App geteiftet? Ja, es sind ganz viele. Also ich fange schon mal an mit, wie viele Organisationen überhaupt. Also ich meine, es sind ja die beiden Hochschulen, EBTH, Zürich und EPFL, die sich beteiligen. Es sind für den Bund verschiedene Stellen gewesen. Es ist das Wohnungsamt für das BID, das Bundesverband und das BAG, die da waren gewesen. Es ist das National Center for Security Science, das ist dran gewesen. Die RBUBIG. Und zumal für Inja-Teile, wo man reden kann, wir sind so zwischen 5 und 20 Liter, je nach Phasen halt gerade, wie es bei uns war. Aber ich denke, alles in allem wird das noch viel mehr sein. Können Sie plus minus sagen, wie viel das allgemein eine App kostet, wenn man sie macht? Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Ich meine, das kann von ganz einer, also jetzt wollen wir von allgemein App reden, das kann von einer ganz einfachen Geschichte sein, wo man bei mehreren Täusern anfängt und das kann hin bis, also ich möchte nicht wissen, wie viel das zum Beispiel die Facebook-App für Facebook kostet, die werden wahrscheinlich mittlerweile in dreistelligen Millionenbetrag für diese App geben. Ich meine, eine App ist einfach nur ein Mittel für irgendetwas und da kann man bei Liebungen viel investieren. Sie haben die Swiss-Covid-App und das Tracing, das sind verschiedene Sachen, das ist mehr eine Ergänzung zum Tracing und ich gebe jetzt weiter an Matthias Walten. Danke vielmals, weil in drei Minuten, da gibt es die kurze Nachrichten um halb Uhr eins. Ihr seid ihr, es gibt es zuerst jetzt hier. Ich wünsche euch einen guten Mittag. Und eben, die Fragen heute gerne schicken per WhatsApp 079-28-24-123. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018 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 Belschass soll künftig der einzige Gefängnisstandort im Kanton Fribourg sein. Das hat das Kantonsparlament entschieden. Es hat zwei Kredite in Höhe von 30 Millionen Franken bewilliget. Mit dem Geld soll einerseits der Standort Belschass ausgebaut und renoviert werden. Ausserdem hat das Kantonsparlament den Kredit bewilliget, um zu prüfen, wie das Zentralgefängnis von Stadt Fribourg nach Belschass verlegt werden kann. Die regionalen Arbeitsvermittlungszentren, die RAF vom Kanton Fribourg, machen ihre Schalter wieder auf. Wie ihre Mitteilung steht, dürfen ab dem 2. Juni Stellsuchende und Arbeitslose wieder in die RAFs gehen. Es wird aber empfohlen, sich vorher per Telefon, Mail oder Post zu melden. Beratungs- und Kontrollgespräche mit Stellsuchenden werden entweder per Telefon oder vor Ort stattfinden. In Murten war in der Nacht auf gestern ein Falschfahrer auf der Autobahn unterwegs. Das meldet die Kantonspolizei in ihrer Mitteilung. Der 36-Jährige ist auf seiner Strecke von Murten Richtung Bayern alkoholisiert auf der falschen Seite unterwegs. Auf der Höhe von Avange hat er dann umgekehrt und ist wieder Richtung Bern gefahren. In Bern wurde der Autofahrer gestoppt. Die Polizei hat ihm den Führerausweis weggenommen und ihn angezeigt. Im Kanton Freiburg soll diesen Herbst möglichst viele Jugendliche eine Lehrstelle finden. Das fordern mehrere Parlamentarier in einem Vorstoss. In dem schreiben sie das im Moment viele Betriebe, wegen der Corona-Krise zögern, Lehrlinge einzustellen. Darum soll der Staat den Lehrbetrieben einen finanziellen Anreiz geben. Die Grossrätinnen und Grossrät schlagen auch vor, dass bei der staatlichen Lehrstellenplattform der Personalbestand aufgestockt werden soll. Und die Bundesverwaltung kommt 20 zusätzliche Stellen über für die Stärkung von Cybersicherheit. Das hat der Bundesrat entschieden. 2013 sind 30 Stellen geschaffen worden für die Umsetzung von nationalen Strategien zum Schutz vor Cyberrisiken. Vor einem Jahr hat der Bundesrat ebenfalls 24 zusätzliche Stellen gesprochen. Zum Wetter ist der domste Nachmittag im Friborgenland schön. Die Sonne scheint, die Tendenzen in den Wochen nur, die bleiben grössten Teils harmlos. Könnte über den Bergen, wo es ein bisschen mehr Wolken kommen, hätte mal eine gute Schrägung gehabt. Die Wahrscheinlichkeit ist gerade ziemlich klein. Das bei Temperaturen um die 23 Grad. Wetter auf Radio FR Radio FR Verkehrsinfos Mit Freitags, eure Online-Steuererklärung. Einfach, schnell und sicher. fr.ch slash Freitags Ein Blick auf die Strasse an drei Minuten ab der halben Stunde. Da verläuft alles störungsfrei im Sendengebiet. Ich wünsche euch allen unterwegs und gut und vor allem sichere Fahrt. Verkehrsstörungen melden. Können Sie bei Swiss Traffic auf dem Nr. 0842 363 363. Contact Tracing spielt eine wichtige Rolle als Thema, das wir diesen Mittag ein bisschen genauer anschauen. In der Mittags-Infostunde diskutieren, darüber werden wir auch gleich. Weiter, mein Name ist Matthias Walpen. Guten Mittag. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 So call me maybe And all the other boys Try to chase me But here's my number So call me maybe Before you came into my life I missed you so bad I missed you so bad I missed you so, so bad Before you came into my life I missed you so bad And you should know that So call me maybe Don't you Mittag auf Radio FR Einen guten Wünschen, ich werde gerade messen Seid die Radio FR-Hörerinnen und Hörer Sagen uns, ob sie die Swisscovid-App Würden runterladen, via Instagram kann man da mitmachen 56% sagen Ja 44% Sagen Nein, Livia Schmid 44% die Nein sagen Bei mir setzt Der CEO des Softwareunternehmens Ubik, und zwar ist das die Firma Die Tracing-App namens Swisscovid entwickelt hat 44% die sagen Nein, wir würden Die Daten, die in der App gespeichert werden Also das heißt, das heißt Das kann durch uns sein Ich denke, was sicher noch Wichtig ist momentan Ist, dass man mehr darüber redet Dass man weiss, um was geht es eigentlich Und ich glaube, es gibt viele Ängste Umeinander Dass die App, aber es ist ja schon nur das Wort Tracing-Tint Als würde die mich verfolgen Und so Also wichtig ist hier zu erwähnen Dass die Daten, die in der App gespeichert werden Die sind ja total anonym Also das heisst, es weiss niemand Wer hat mit welchem Irgendwo Kontakt Kennt so weiter Das ist wirklich als anonym Zufällig Und es werden ja keine Irgendwelche Daten Wie GPS oder so Brauchte für das Gewehrwerkstellungen Welche Daten Wären denn gespeichert Effektiv? Also es wird lokal Auf dem Gerät selber Werden die anonymen Randomisiert Also zufällige Daten Wenn ich über die Kontakt Also bei den anderen Geräten, die bei mir in der Nähe sind gewesen Die werden abgespeichert In so einem Logbüch Die sind aber wie gesagt Anonymisiert Und die bleiben einfach für 14 Tage So auf dem Gerät Und dann gibt es nur den Fall Dass wenn jemand wirklich positiv getestet wurde Dann bekommt er so einen Code Und in dem Moment Werden quasi Schienig zufällig randomisiert Die ID wird nachher veröffentlicht Dass die anderen quasi können Nachvollziehen Also wenn Dass man wirklich mit einer positiven Sagen wir mal So zufälligen Zahl Oder ID In Kontakt War Ich frage noch schnell Wegen dieser Ziffer Die Sie jetzt gerade erwähnt Oder wegen dieser Zahl Also angenommen Eine Person Hat die Covid App Und dann hat sie Corona Und hat die Test Das ist positiv Und dann kommt sie Von wem Die Zahl Überkommt sie die Vom Doktor Oder kommt sie die Von der App Oder muss sie Die App melden Genau Das ist eigentlich Im Prinzip Im Prozess In dem der Test Selber Passieren Das heisst Wenn ich einen Teste Aber bekomme ich Auf irgendeinen Kanal Das bestätigt mit Dass er eben Positiv war Und mit der Bestätigung Wird man quasi Sobald die App Überheit verfügbar ist Wird man da Ein Code mitbekommen Wann ich Auch wieder freiwillig Also wenn ich Zwar die App installiert Hätte doch nicht Das ein gutes Gefühl Habe Mit dem kann man auch Da nochmal Nein sagen Dann kann ich quasi Freiwillig Der Code eingeben Und so im Prinzip Nachher melden Dass die Leute Wo mich Also mich Oder muss man sagen Mein Handy In der Nähe sind Anonym Benachrichtigt werden Dass wir mich Potentiell Infiziert haben Frau Rovelli Wir haben es eben Gerade gehört Ein bisschen mehr Als die Hälfte Würse installieren Die Swiss-Covid-App Wie steht es bei Ihnen so Würden Sie sie installieren Also ich sehe es sicher In der Erwägung Im Moment ist ja noch Pilotphase Und ich warte jetzt mal Noch ab Wie auch dann Der Gesetzgebungsprozess Im Parlament Verstattung geht Aber ich schaue es dann Sicher noch mal genauer an Verstehen Sie Dass Leute Ängst hin Ja ich denke Wenn man so ein bisschen Berichterstattung An schaut Was im Ausland Daher ist Mit so Apps Passiert Oder so Verstand ich das Aber wenn man sich Damit auseinandersetzt Dann sieht man eben Dass das App Wirklich weitgehend Anonymisierte Daten Bearbeitet Und eigentlich Was auch Die Politik Seht Personendaten Sind eigentlich Nur dann Sozusagen Vorhanden Wenn man sich Eben jemand ist Infiziert Er bekommt Den Code Und meldet das Eben per App An den Zentralen Server Und dann Teilt das Anderen Personen mit Und wenn dann So jemand Eine Mitteilung Bekommt Und dann sieht An dem Tag Hat ich vielleicht Noch Ich weiss nicht Drei, vier Personen Getroffen Und ich weiss Drei davon Haben das App Gar nicht Und dann muss es Fast die vierte Person sein Dann weiss ich Eigentlich Dass die Person Eventuell Corona Hat Aber es ist Eigentlich Nur über den Weg Dass man dann Wirklich Personenbezug Herstellen kann Genau Wir haben in der Redaktion Vorher noch Diskutiert Und uns Hat noch Etwas anderes Interessiert Also die App Ist ja vor allem Für Leute Die wollen wissen Haben die Anderen Schon Corona Oder haben sie es Noch nicht Also man wird ja Benachrichtigen Ob jemand Das gehabt hat Oder ob man mit Mit dieser Person 15 Minuten Lange Näher Zusammen War So Weiss aber Wenn eine Person Schon vor zwei Monaten Corona Hat Wie Erfasst Hat die App Auch die Person Werden Zuerst noch mal Zur Aussage Vorher Dass man die App Benachrichtigen Wenn ich mit einer Spezifischen Person In Kontakt Bin Das ist Nicht ganz So korrekt Das heisst Die App Benachrichtigen Wenn ich Mitinfiziert Also mit Wenn ich Dem Virus Ausgesetzt Bin Das heisst Das heisst Ich weiss Nicht mit Welcher Person Dass ich Zusammen War Das ist Noch wichtig Und eben Das andere Das ist Auch etwas Was recht wichtig Es geht ein bisschen In die Frage Wovor schon gestellt Ist worden Bezüglich Akzeptanz Dass man will Und solche Features Sind eigentlich Bewusst Nicht vorgesehen Dass man Irgendwie Nur Würde Auszeichnen Ich habe Schon mal Corona Und eben So wie Das Ampelsystem Wie das In China Vorher Etwas Anders Braucht Das ist Echt noch Wichtig Dass man Ganz klar Den Schnitt Macht Die App Ist Wirklich Einfach Darf Da Für Das Contact Tracing Zu ergänzen Für das Zu Unterstützen Dass man Im Prinzip Auch Fälle Findet Also Es wird Ja Momentan Effektiv Das Contact Tracing Gemacht Manuell Das heisst Wenn Ich Positiv Getestet Dann werde Ich Ein Interview Abgeben Und Dann werde ich Befragt Mit welchen Leuten Ich In Kontakt Bin Dass man Die Wieder Isolieren Das ist Teil Von der Strategie Momentan Und Die App Gibt Eigentlich Zusätzliche Dinge Gibt Zum Beispiel Fälle In Öffentlich Verkehrsmitteln Wenn ich Angestanden Bin Und so Weiter Das heisst Oder mich Schlicht Nicht mehr Daran Erinnern Dass ich Eine gewisse Person Habe Gesehen Sind Sie Contact Tracing Dann mache Ich Jetzt Auch Für Andere Kantone Auch Im Kanton Friburg Macht Man Das Jetzt Ist Es So Dass Dort Auch Daten Geholt Werden Von Den Leuten Sie Wissen Okay Man Hat Die Person Corona Könnte Man Überspitzt Sagen Aus dem Staat Schweiz Werte Überwachung Staat Schweiz Das Ist Jetzt Sehr Weit Geholt Ja Also Ich Mein Der Staat Hat Natürlich Auch Die Aufgabe Seine Bevölkerung Schützt Oder Wir Haben Ja Jetzt Eine Krankheit Die Wir Noch Nicht Kennt Haben Sehr Ansteckend Scheint Und Da Muss Der Staat Natürlich Auch Seine Schutz Funktion Vornehmen Und Natürlich Ist Es Aber Immer Eine Frage Von Der Güterabwägung Bis Wo Kann Man Daten Aufnehmen Und Bis Wo Nicht Aber Wenn Jetzt Eben Zum Arzt Geht Und Sich Behandeln Ist Das Ja Normal Das Haben Wir Immer Wenn Man Arzt Geht So Seinen Namen Angebt Und Das Auch Patientendossier Stellt Wird Ja Falls Ihr Auch Noch Fragen Hint An Herrn Wellig Oder An Frau Rovelli Dann Könnt Ihr Gehen Machen Ihr Könnt In Die Spalte In Facebook Schreiben Direkt Und Wir Gehen Die Antworten Liefern Genau Man Kann Natürlich Per Whatsapp Mitmachen Fragen Stellen Die Nummer Gebe Ich Gehen Gehen Mit 07 9 28 24 1 2 3 Wir Wach Weiter Mit Contact Tracing Es geht Darum Dass Im Kanton Freiburg Macht Man Ja Auch Oder Und Wenn Jetzt Eine Person Gemoldet Ist Als Person Die Corona Hat Dann Wird Ja Auch Der Kontakt Zurück Verfolgt Mit Welchen Personen Hat Die Erkrankte Person Kontakt Hat Jetzt Ist Es So Dann Kommen Die Nachricht Und Die Müsste Dann Zehn Tage Lange In Selbst Isolation Wenn Nicht Dann Könnte Es Eine Az Gehen Wie Schwierig Ist Das Ist Es Ein Problem Ist Es Keine Freiheitseinschränkung Von Bürgerinnen Und Von Bürgern Also Kurz Klar Stellt Dass Es Um Das Klassische Kontakt Tracing Nicht Um Die Covid App Weil Die App Soll Keine Auswirkungen Haben Auf Dass Man In Isolation Muss Es Es Ist Alles Freiwillig Aber Ja Natürlich Im Klassischen Tracking System Wenn Man Angerufen Wird Vom Kanton Weil Man Aus Funden Hat Dass Man Mit Eingriff In Bewegungsfreiheit Von Einzelnen Person Was Dann Hat Wo In dem Fall Abgewege Wird Gegen Allgemeinheit Bei So Zwangsmassnahmen Muss Man Natürlich Immer Schauen Dass Sie Verhältnismässig Sehen Und Befristet Und Genau Ja Bei Swiss Covid App Ist Es Ja Eher Empfehlung Ja Wie Ist Es Wenn Die Person In Selbst Isolation Geht Trägt Dann Nach Nicht Unternehmer Wo Die Alles Rein Freiwillig Ist Das Heißt Wenn So Eine Notifikation Kriegt Über Das App Kann Man Selber Schauen Ob Man Sich Will Isolieren Oder Nicht Der Arbeitgeber Ist Aber Verpflichtet Lohnfortzahlung Zu Gewährleisten Für Das Müssen Man Effektiv Eben Zu Ein Arzt Wie Man Symptome Hat Der Wird Das Dann Abklären Und Wenn Er Feststellt Muss In Quarantäne Dann Kann Er Das Zeugnis Ausstellen Und Dann Haben Anspruch Auf Lohnfortzahlungen Swiss Covid App Ist Wie Gesehen Eine Ergänzung Zu Normaler Tracing Wie Ist Jetzt Hat Die Erste Phase Gibt Die Testphase Jetzt Ist Noch Eine Testphase Am Laufen Bis Ende Juni Wann Für Leute Dürfen Die Testen Es Die Pilotphase Und Das Ist Ganz Klar Gereckl In Verordnung Der Bundesrat Hat Uns Ausgaben Für Rechtliche Rahmen Für Das zu Schaffen Und Das Primär Sind Das Abgehörige Von Hochschulen Spitäler Mitmachend Und Von Bundesverwaltung Die Grundidee Bei Dem Ist Dass Man Ein Setting Hat In Real In Kontakt Kommen Oder Bei Hochschulen Forschungslabore Und So Wider Effektiv Vorur Müssen Schaffen Ich sehe Es gibt Eine Frage Genau Es ist eine Frage Von Radio FHR Hörer Per Wazza Bis Reinkommen Und Zwar Kann Jeder Auf Der App Sagen Dass Man Corona Hat Oder Gibt Es Da Eine Sicherheit Dass Man Das Nicht Aus Nutzen Genau Das Ist Im Prinzip Die Geschichte Dass Man Wenn Man Positiven Test Hat So Ein Code Und Nur Mit So Code Kann Ich Effektiv Melden Dass Ich Positiv Und Der Code Ist Vorerst Vorne Auf Der App Oder Ist Der Gut Sichtbar Das Ist Gut Sichtbar Hat Es Noch Mal Eine Frage Gibt Das Die Frage Aber Du Dürf Gern Noch Weitere Fragen stellen 0798 24 S2 3 Oder Auf Radio FHR Facebook Seite Wir Sehen Vorne Noch Bei Testpersonen Sehen Es Wird Mich Interessieren Wieso Sön Sie Genau Die Personen Gruppen Sie Sehen Von ETH Lausanne Vom Bund Paar Spitäälen Militär Gibt Es Normale Leute Können Jetzt Schon Ausprobieren Kann Man Die Ohne Weiteres Abeladen Der Punkt So Die Verordnung Vom Bundesrat Sehen Vor Dass Die Pilot Gruppen Sind Nur Die Ja Und Ab Wien Können Wir Die App Laden Das Ist Im Prinzip Das Vorher Erwähnt Ist Das Parlament Darüber Debattieren Und Da Wird Im Prinzip Uns Erkommt Was Man Genauso Macht Mit Dem Oder Was Der Gesetzliche Rahmen Wird Sehen Für Ein Breiten Rollout Von Dem Und Das Ist Freie Erstens Natürlich Nach Dem Was Das Parlament Darüber Debattiert Und Die Dann In In Sommersession Die Geschwätz Über Normale Tracing Es Zwei Verschiedene Sachen Ich Sag Es Gehen Nochmal Und Bei Suisse Covid App Frau Rovelli Datenschutz Mässig Kein Problem Einwandfrei So Eben Wie es Ausgestaltet Wurden Ist Der Grundsatz Der Dateminimierung Eingehalten Wurden Es Versucht Wurden Das Möglichst Weitgehend Anonym Zu Machen Und Man Kann Wurden Es Ist Datenschutz Freundlich Ausgestaltung Von Dem App Dann Wären Wir Schon Langsam Am Schluss Von unserer Frage Rande Ankommen Und Können Sie Noch Zum Schluss Etwas Sagen Frau Rovelli Das Ist Gut Herr Wellig Bei mir Höchstens Ich Hoffen Dass Die 44 Prozent Ausräumen Und So Das Tool Schliesslich Nach An Nutzen Bringen Je Mehr Das Das Brauchen Vielen Danke Für Die Zeit Frage Gestellt Hat Liva Schmid Aus Radio Redaktion